so ich bin gleich von da gekommen weil ich da ja auch gestandener bin ja und wenn ich von hätte natürlich von da kommen können aber wer albern gewesen weil dann hätte ich ja von da ist dahinten rumlaufen müssen um von da zu kommen wer war falsch gewesen weil wir abgemacht dass ich von da komme deswegen hätte ich von daher gestanden hätte ich ja hinten rumlaufen müssen wieder und wer dann von da aber gekommen deswegen bin ich hier jetzt besser angekommen von da weil ich da sowieso war da wäre ja vollkommen blöd stehst du doch hier dann kannst du doch auch gleich die zuschauer begrüßen oder nicht die sind da ja herzlich willkommen bei bares ferrares los geht's so egal aus welcher richtung jetzt kommt keine kandidaten mehr das einzige worüber ich mir gedanken mache ist wenn wir hier stehen in welcher richtung wir abgehen ja wir könnten zum beispiel auch da mal abgehen da sind wir noch nie abgegangen deswegen und das ist nämlich ich bin gleich von da gekommen weil ich da schon stand ich kam so rein da wenn ich da gestanden worden wäre wäre ich von da gekommen aber ich sagte mir sei es drum nicht also kommt von da junge wenn du da schon stehst nicht wäre ja albrig gewesen wenn ich jetzt extra hinten rum gegangen wäre nur um von da zu kommen nicht deswegen kam ich gleich von da wenn ich da gestanden wäre ich auch von da gekommen weil das ja so abgemacht war ich dachte mir kommen also von da nicht wenn ich da gestanden hätte hätte ich ja hinten rum gehen müssen um extra von da zu kommen sind sie jetzt fertig was nein achi jetzt jetzt fällt mir was ein sagen sie nicht der bekannte 1 er hat ja ja das mir bekannt nein weil ich da schon stand drum dass es ihnen nicht bekannt ich stand das weiß ich sie hätten auch von da kommen können mit so werde ihnen das erzählen nein wenn ich was darf ich auch mal weil sie müssen sie nie luft holen ich also bitte schau sie können doch nicht einfach da rein platzen was sollen die leute denken ja was denkt ihr euch eigentlich was ich weiß ich weiß ich weiß was die sich denken die denken sie der hätte auch von da kommen aber weil ich da schon stand ist gut kam ich von da sonst wäre ich ja hinten rum und es ist so glatt so glatt ist es draußen nicht und es wäre da nicht so glatt gegangen aber jetzt stehen sie hier ja und wenn sie schon hier stehen dann müssen sie doch das publikum begrüßen ne ja 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 es gehört sich ja ja du bist gut 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 du bist gut